Ein neues Kinderpaket wird Familien- und Sozialhilfeempfängen, aber auch Alleinerziehenden künftig 60 Euro pro Kind und Monat mehr einbringen. Auch das Schulstartpaket wird ausgeweitet. Ist das alles ausreichend? Und wie fair ist auch das neue Haushaltsabgabeabkommen mit dem ORF? Das und vieles mehr bespreche ich jetzt mit der zuständigen Frauen-, Familien-, Jugend- und Medienministerin mit Susanne Rapp. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, 60 Euro mehr pro Kind und Monat. Ein neues Konzept sozusagen, das erst vor kurzem präsentiert worden ist. Viel Lob von NGOs oder etwa auch der Arbeiterkammer. Aber wie sieht diese Regel jetzt im Detail aus? Also es ist so, wir wollen gerade dort, wo eben die Teuerung, die Inflation, die steigenden Preise besonders schlagend werden. Und das ist eben bei jenen, die am untersten Einkommensrand unserer Gesellschaft stehen, da wollen wir jetzt besonders unterstützen. Also nicht mit der Gießkanne über alles gehen, sondern wirklich auch im Sinne der Prävention von Armut und im Wohle unserer Kinder bei den Kindern ansetzen. Und deshalb haben wir uns genau angesehen, wo brauchen Kinder zusätzliche Unterstützung, dass sie ausreichend Essen bekommen, dass sie eine gute Schulbildung haben, dass sie in allen Chancen unterstützt werden. Und das ist eben bei jenen, die wenig oder nichts verdienen. Und dort unterstützen wir jetzt mit zusätzlichen 60 Euro pro Kind, pro Monat. Das kommt ja dazu, zu all den Dingen, die es eh schon gibt. WIFO-Chef Felbermeier gratuliert. Der Fokus gerade auf Kinder wäre eben zeitgemäß und eben auch richtig. Wie ist denn aus Ihrer Sicht das Thema Kinderarmut in Österreich bis jetzt? Wir machen hier immer wieder Interviews, da gibt es eher teils alarmierende Zahlen. Ja, schauen Sie. Ich glaube, man muss sich mal die Faktenlage ansehen. Und die Fakten sind, dass die sogenannten Armutszahlen und die Zahlen der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung trotz der hohen Inflation, der Energiekrise, des Krieges in Europa niedriger sind als beispielsweise im Jahr 2018. Wir leben nur trotzdem in Österreich und wir wollen natürlich, dass jedes Kind, und ich will es als Familienministerin, dass jedes Kind eine Chance hat und jedes Kind die gleichen Chancen hat. Deshalb unterstützen wir treffsicher. Aber klar ist auch, der Staat kann nicht sozusagen die Generalverantwortung für jede einzelne Familie in diesem Land übernehmen, sondern es ist so, dass man natürlich als Elternteil auch für die Kinder verantwortlich ist. Und dass gerade in einer Situation wie derzeit, wo wir natürlich zahlreiche offene Stellen im Arbeitsmarkt haben, ich würde fast sagen, so viel wie nie, ja, also ein bisschen übertrieben formuliert, dass da natürlich die Arbeit und in eine Beschäftigung zu gehen noch immer die beste Prävention von Armut ist. Dass das nicht immer sofort funktioniert, gerade wenn ich an eine Alleinerzieherin mit drei Kindern denke, Das ist auch klar. Und deshalb unterstützen wir genau dort, wo es unmittelbar nicht möglich ist, in eine Arbeit zu gehen oder wo es schwieriger ist bei den Alleinerzieherinnen mit Unterstützung fürs Kind. Ja, Arbeit muss ich wieder auszahlen. Das ist ja irgendwie das neue Credo, das gerade so ausgegeben wird von der Bundesregierung. Der Bundeskanzler tritt in diese Fußstapfen immer wieder rein. Der ÖGB zum Beispiel sieht das Paket schon etwas kritischer. Stichwort Familienzuschlag gehört valorisiert. Auch das Arbeitslosengeld gehört, also die sogenannte Nettoersatzrate würde erhöht gehören, sodass eben nicht alle, die es wirklich benötigen, Geld bekommen. Jetzt unabhängig von dem Kinderpaket, das ist ja zusätzliches Geld, aber es würden andere Zielgruppen quasi vernachlässigt werden. Ja, schauen Sie, ich sehe das anders. Ich glaube, man muss wirklich treffsicher dort helfen bei den Kindern, wo sozusagen das Geld oder wo es um die Schwächsten der Gesellschaft geht. Und das sind eben unsere Kinder. Da wollen wir und da will ich auch als Familienministerin ansetzen. Aber es muss doch das Ziel sein, auch das Ziel einer Bundesregierung, das Ziel unserer Gesellschaft, dass wir grundsätzlich den Zugang haben, dass Menschen in Beschäftigung kommen. Das ist nicht irgendein politisches Credo, sondern wir haben ein starkes Sozialsystem in Österreich. Und dieses soziale Auffangnetz kann nur funktionieren, weil eben Menschen, die arbeiten gehen, sozusagen dieses System finanzieren. Und wenn wir nicht zusehen, dass diese Arbeitsmarktkapazitäten, die wir derzeit haben, die vielen offenen Stellen auch genützt werden, dann wird irgendwann das System in Schieflage geraten. Deshalb ist unser grundsätzlicher langfristiger Zugang, dass wir investieren in den Ausbau der Kinderbetreuung, dass wir investieren natürlich auch in Arbeitsmarktinitiativen, aber dass wir auch in Zeiten dieser hohen Inflation und Teuerung auf die Schwächsten der Gesellschaft, nämlich auf unsere Kinder, ein Auge haben. Und das tun wir mit diesem Kinderpaket. Weil Sie sagen Ausbau der Kinderbetreuung, da hat es ja viel Aufregung gegeben, wenn die Stadt Wien jetzt Kosten bei den Kindergärten erhöhen will, zumindest auch was die Verpflegung betrifft. Wie passt denn das zusammen zu diesem Paket? Ja, also das finde ich einen Hohn. Ja, also da haben wir gerade vor einigen Tagen im Bund dieses Paket für die Kinder und zur Unterstützung der Kinder präsentiert. Mit umfassenden Entlastungsmaßnahmen, wo wir zum Bund Geld investieren. Zusätzlich haben wir den Verzicht auf die Erhöhung der Bundesgebühren. Wir passen nämlich die Bundesgebühren nicht an die Inflation an, sondern die bleiben gleich im Übrigen letztes Jahr genauso. Und dann, wenige Tage später, lese ich die Stadt Wien erhöht die Essensbeiträge in den Kindergärten und Kinderkrippen um 10%. Und da frage ich mich schon, also man müsste doch ein gemeinsames Ziel haben und das ist in Zeiten der Teuerung alles Mögliche zu tun, in seinem Verantwortungsbereich, egal ob im Bund, Land oder Gemeinde, damit man es den Menschen nicht schwerer macht, sondern leichter macht, sie nicht belastet, sondern sie entlastet. Gut, dass das natürlich nicht gut ankommt bei der zuschönigen Familien- und Jugendministerin, ist klar. Was aber interessant ist, Sie fahren jetzt am Dienstagmorgen also nach Dänemark, weil es dort ein Sozialhilfeprojekt gibt in Summe oder das gesamte Sozialsystem ausgestattet ist, wo man eben offenbar auch was lernen kann, obwohl das Sozialsystem in Österreich wirklich sehr, sehr breit gefächert ist. Aber was machen die Dänen in diesem Punkt besser als wir? Ja, also ich fahre nach Dänemark, weil wir uns genau ansehen, wie dort das Sozialhilfesystem auch in puncto Zuzug geregelt ist. Ich bin für Integration zuständig und deshalb ist mir wichtig, dass wir ein Auge darauf haben, dass Österreich durch ein stark ausgebautes Sozialnetz nicht noch zusätzlich attraktiv ist, auch für einen starken Zuzug. Weil natürlich die Frage liegt am Tisch, warum ist Österreich als Land in der Mitte von Europa am zweitstärksten von Asylzuwanderung betroffen? Das hat darin Gründe, dass natürlich das europäische Asylsystem einfach nicht intakt ist, gescheitert ist und das hat darin Gründe, dass es natürlich auch attraktive Bedingungen gibt, die man sich genau ansehen muss. Die Dänen haben hier ein Modell, wonach man über einen längeren Zeitraum in Dänemark aufhältig sein muss, bevor man den vollen Bezug der Sozialhilfe hat. Und mein Zugang wäre der, wenn man nach Österreich kommt, dann muss man doch kommen und sich sozusagen seine Leistung einbringen, im Sinne der Integration arbeiten gehen, Deutsch lernen, am besten beides parallel, die Kinder im Bildungsweg unterstützen. Das sind Dinge, die man einbringen muss und wenn das über einen längeren Zeitraum auch gewährleistet ist, dann natürlich auch der volle Bezug der Sozialhilfe. Das heißt aber, unser System für Zuwandernde ist derzeit zu großzügig. Könnte man es auf diesen Punkt bringen? Ich denke, man muss sich eben ansehen, ob diese Aussage zutrifft und deshalb auch andere Systeme in anderen Ländern eben evaluieren und dann den Abgleich machen. Das mache ich in Dänemark. Und es ist eben wichtig, dass solche Vorschriften, wenn wir sie tätigen, das macht man nicht so leicht, sondern da gibt es ja europarechtliche Vorschriften, da gibt es verfassungsrechtliche Vorschriften, dass man sich Wege ansieht, wie es eben möglich ist, sodass wir am Ende den Schwachen in der Gesellschaft, die es wirklich brauchen, auch hundertprozentig helfen können. Das gebietet auch ein christlich-soziales Wertefundament und auf der anderen Seite aber natürlich Arbeitsmarktintegration befördern und nicht behindern. Ja, ein Stichwort noch, bevor wir zur ORF-Haushaltsabgabe kommen, zur SPÖ. Es wird ja ausgezählt ganz emsig. Im Prinzip ist jetzt schon alles auch erledigt. Die Namen werden künftig bekannt gegeben in Kürze gleich. Was meinen Sie denn, kann es irgendeine Möglichkeit geben für die SPÖ, um den Kopf wieder aus dieser Sackgasse irgendwie rauszubekommen, dass es je wieder zu einer sogenannten alten Großen Koalition kommen könnte? Man hört jetzt immer, ÖVP, FPÖ stünde bei der nächsten Nationalratswahl irgendwo als relativ realistische Variante im Raum. Man hört eigentlich gar nichts mehr von ÖVP, SPÖ, die ja jahrzehntelang Österreich regiert hat. Kann das je wieder kommen? Also Herr Koller, da gibt es ja derzeit so viele Spekulationen. Ich habe das ganze Theater nicht so hundertprozentig mitverfolgt. Ich glaube, da gibt es genug Politikwissenschaftler und andere, die da besser sozusagen befähigt sind, hier eine Analyse abzugeben. Ist ja auch noch Kaffeesud jetzt, wir wissen es noch nicht. Ja, kommen wir aber zur ORF-Haushaltsabgabe. Die kennen wir, die haben sich ganz federführend mitverhandelt. War ein sehr, sehr langes Prozedere. Mit Alexander Rabitz, dem Vorgänger von Roland Weismann, gab es da noch keine Einigung. Und jetzt gibt es aber eben eine, 15,30 Euro künftig pro Monat, pro Haushalt, teils auch für Unternehmen. Das ist weniger als die GIS-Gebühr derzeit, aber es zahlen deutlich mehr. Es sind rund 700, ein bisschen mehr, 700 Millionen Euro. Sind Sie zufrieden, verkürzt gesagt, mit dem, was ausgekommen ist? Ja, wir haben uns ja diese Aufgabe nicht ausgesucht. Also ich bin ja jetzt nicht Medienminister und habe gesagt, juhu, jetzt verhandeln wir hier etwas Neues, sondern es war der Verfassungsgerichtshof, der die jetzige GIS-Gebühr als Verfassungsgericht erklärt hat. Und deshalb hat man ein neues System gebraucht. Ich finde es grundsätzlich gut, dass die GIS abgeschafft wird, weil ich finde es einfach ein nicht zeitgemäßes System, das ist freundlich formuliert, dass wir GIS-Kontrolleure haben, die an die Haustür klopfen, an die Wohnungstür klopfen und dann Nachschau halten sollen, ob dort ein Gerät steht. Also das finde ich nicht in Ordnung, entspricht auch nicht meiner Mentalität. Daher ist dieses Modell entstanden. Ja, es werden künftig mehr Haushalte zahlen. Das ist aber auch die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs. Das sind die, die bis dato ausgenommen waren, weil sie die Streaming-Angebote bei ORF1 zum Beispiel gratis nutzen konnten. Genau, der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, dass auch jene, die nur online streamen, künftig in die Finanzierung mit einzupflegen sind. Diese Aufgabe, wie gesagt, haben wir uns nicht ausgesucht, sondern wir haben versucht, sie bestmöglich zu lösen, nämlich zugunsten von 3,6 Millionen Menschen in unserem Land, die bisher mindestens 24,50 Euro GIS-Gebühr gezahlt haben und künftig eben 15,30 Euro zahlen werden. Das heißt, die gute Nachricht ist, für die weitaus größere Mehrheit der Menschen wird es günstiger. Und zusätzlich wird es auch mehr Programm geben online für den ORF. Es wird ein neues Kinderprogramm geben beispielsweise. Es wird ORF Sport Plus auch weitergeführt. Das heißt, es gibt grundsätzlich mehr Programm für weniger Geld. Ja, aber die schlechte Nachricht unter anderem auch für die Zeitungsherausgeber ist die Dominanz von ORF.at, also dem Online-Angebot, wird aus Sicht des FÖZ, so nennen sich die Gruppierungen sozusagen, die wird sogar gestärkt. Es kann mehr Video-Inhalt online präsentiert werden. Es gibt auch nicht mehr ein Wegnehmen des Inhalts sieben Tage nach Erstausstrahlung sozusagen. Die Angst vieler Zeitungsherausgeber ist, dass die Marktdominanz des Online-ORF die Privaten wegfegen wird. Also der ORF hat natürlich in den letzten Jahrzehnten durchaus eine große Marktrelevanz und eine Marktdominanz erreicht. Deshalb war es uns wichtig, folgende drei Dinge zu berücksichtigen. Zum einen, wir wollen, dass die Leute ein gutes Programm bekommen. Wir wollen, dass sie auch online ein gutes Programm bekommen. Sie haben das verdient. Sie haben es verdient, dass sie nicht fünfmal am Tag Melkern mittendrin schauen müssen, sondern dass es eben unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Zum Zweiten, es muss günstiger werden. Zum Dritten, natürlich ist es mir als Medienministerin wichtig, dass wir den gesamten Medienstandort im Auge haben. Das heißt, es muss private Medien geben und es muss den öffentlich-rechtlichen geben. Und deshalb bin ich natürlich mit allen in Gespräch. Klar ist aber auch, ich bin weder Lobbyistin vom ORF, nur von den Privaten, sondern ich bin den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Und ich will, dass sie ein gutes Programm bekommen. Und ich will natürlich, dass sie künftig auch auf eine Vielzahl von Medien zurückgreifen können. Deshalb haben wir ja auch unterschiedliche Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen auch für die privaten Medien in einer schwierigen Zeit der digitalen Transformation geschaffen. Das ist tatsächlich so, eine digitale Transformation. Bei der Online-Zeitung gibt es immerhin die zweitstärkste Online-Präsenz in diesem Land mit grone.at. Auch dieses Interview erscheint ja nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch online. Aber trotzdem, eine mehr Video-Inhalt-Präsenz von ORF on, und das ist die stärkste Online-Seite des Landes, das bringt viele Zeitungsverleger eben auf die Palme, weil ihr Online-Angebot durch Haushaltsfinanzierung sozusagen geschwächt wird. Verstehen Sie diesen Zusammenhang dem Grunde nach? Ich verstehe alle Zusammenhänge. Ich denke, es ist wichtig, dass der ORF im Kern das leistet, wofür er da ist, nämlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen. Gutes Wort, ja. Und dementsprechend wird sich auch die Zeit der ORF-VT entwickeln, mehr, also weniger sozusagen zeitungsähnlich sein, weil wir haben großartige Zeitungen in diesem Land, viele und gute, und mehr in Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das heißt Radio und natürlich audiovisuelle Bilder. Das ist das, was der ORF, was ein ORF machen soll, was jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa macht. Es hat jedes Land in Europa einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so auch Österreich. Und da haben wir uns natürlich auch an Beispielen der Nachbarländer orientiert, wie das zu lösen ist. Öffentlich-rechtlich heißt ja auch quasi wahrheitskonformen und objektiv zu berichten, nicht eingefärbt und auch nicht subjektiv kommentierend sozusagen. Stichwort ZIP 2. Tut der ORF das? Macht er das wirklich vollkommen uneingefärbt? Also ich bin davon überzeugt, dass der ORF grundsätzlich die Rahmenbedingungen hat, und die Journalistinnen und Journalisten die Rahmenbedingungen vorfinden, unabhängig zu arbeiten. Das betrifft jetzt nicht den ORF, sondern Medien generell. Natürlich denke ich mir als Privatperson oder auch als Politikerin ab und zu, wenn ich einen Artikel lese oder wenn ich auch eine Sendung sehe, dass das nicht unbedingt meiner Meinung entspricht oder dass ich es persönlich anders dargestellt hätte. Ich glaube, das gehört aber auch dazu und muss man irgendwie auch sozusagen als Politikerin sportlich sehen. Das heißt, da wären die Regeln eingehalten, auch wenn manche in der Monieren, nein, das wäre eine Art persönliche Selbstverwirklichung, eine ORF-Sendung zu moderieren. Aus Ihrer Sicht als zuständige Ministerin würden sozusagen die Rahmenbedingungen dem Grunde nach eingehalten? Also da würde mich nie, wäre eine Kompetenzüberschreitung, wenn ich mich hier äußern würde. Ich bin nicht dafür zuständig, dass der ORF sozusagen für die Journalistinnen und Journalisten, für die Berichterstattung im ORF, in der mehr Ansatzweise, weder für die interne Struktur, noch dort sozusagen für das Reglement, mit dem dort Journalismus betrieben wird, sondern ich bin dafür verantwortlich, das Verfassungsgericht zur Verkenntnis umzusetzen, eine Finanzierung aufzustellen, das dem ORF grundsätzlich die Arbeit weiter ermöglicht und es für die Bürgerinnen und Bürger so günstig wie möglich zu machen. Das war mein Zugang. Ganz zum Schluss noch, weil es doch interessant war, es wurde im Vorfeld ja kolportiert, es müsse explizit wirklich nachvollziehbar gespart werden, Stichwort ORF Sport oder Sport Plus zum Beispiel, das sollte es nicht mehr geben oder könnte es nicht mehr geben, das Radiosymphonieorchester stand ein bisschen an der Kippe, jetzt gibt es das aber alles weiterhin. Unter anderem auch, weil eben durch das Wegfall der GIS-Kontrollen, ja, die sind wohl wirklich nicht mehr zeitgemäß, der ORF dadurch aber auch eine Menge an Geld spart, rund 30 Millionen mittelfristig pro Jahr. Sind da die ursprünglichen Sparvorhaben, die da kommuniziert worden sind, jetzt quasi damit illuminiert? Der ORF wird mit den bestehenden Mitteln, die er bis jetzt hat, auch künftig weiterhin ORF Sport Plus und auch das Radiosymphonieorchester anbieten. Ich denke, das ist gut und auch richtig, dass er das mit dem, was er zur Verfügung hat, auch weiterhin tut. Ich muss Ihnen sagen, gerade bei ORF Sport Plus als Frauenministerin sehe ich immer wieder, dass Randsportarten gerade im Frauensport oft nicht so gut abgedeckt sind, auch von Privaten nicht so häufig abgedeckt werden. Das ist dann wieder ein Thema beim Sponsoring. Ich glaube, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat auch die Aufgabe, Dinge im Sportbereich abzudecken, die vielleicht sonst nicht so vom kommerziellen Interesse sind. Das ist der Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Deshalb ist das auch Teil dieses Pakets, dass der ORF das weitermacht. Okay, vielen Dank für dieses Statement. Sehr viele, viele interessiert das. Keine Frage, wir haben auch viele Zusendungen bekommen. Aber auch viele interessiert eben das Kinderpaket, muss ich noch sagen. Ganz zum Schluss des Interviews noch 60 Euro pro Kind und Monat. Da kommt schon eine gewisse Summe zusammen über das Jahr gerechnet, vor allem wenn man mehrere Kinder hat. Wie kommt man eigentlich zu dem Geld? Ist es ein automatisierter Auszahlungsprozess? Ja, und das war durchaus eine Herausforderung, auch im Entstehungsprozess dieses Paketes. Ich wollte etwas haben, was automatisch funktioniert, eine automatische Auszahlung, kein Antragssystem. Deshalb sind wir auch lange zusammengesessen, auch mit den auszahlenden Stellen, mit dem Finanzministerium, wie wir das bewerkstelligen können. Eine Alleinerzieherin oder eine Alleinverdienerin oder eine Alleinerzieher und Alleinverdiener bekommen das automatisch beispielsweise, weil der Alleinverdienerabsatzbetrag angegeben wurde über die Steuer. Also diese Daten liegen vor. Es war schwierig, sie zu verschneiden, aber wir werden das tun. Die Gesetzesvorlage wird beschlossen, so rasch als möglich kommt es dann auch zur Auszahlung. Das heißt, einzelne Betroffene, und die sind ja doch sehr, sehr viele. Es gibt viele Kinder in Österreich und etliche sind tatsächlich sehr erfreut, dass dieser Betrag kommt. Es gab ein ganz großes Feedback, muss ich ganz offen sagen, als wir das letzte Woche ja auch intensiv berichtet haben. Man muss aber nichts selbst dazu tun. Das kommt sozusagen automatisiert durch die Verknüpfung der Finanzministeriumsdaten und dass man eben Kinder hat. Richtig, so ist es. Kommt automatisch aufs Konto. Pro Kind 60 Euro im Monat? Pro Kind 60 Euro. Wann geht es los? Ja, wir beschließen es, dem Gesetz soll ab Juli dann in Kraft sein. Boom. Also im Sommer schon? Ja, wir hoffen, dass wir es schaffen und die Auszahlungstellen hoffen wir es. Wir brauchen, wie gesagt, den Gesetzgebungsprozess dazu, aber wir tun unser Bestes. Frau Bundesminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank auch. Ja, so viel vorerst zu all den Neuerungen in Österreich, in der Innenpolitik, auch in der Sozialpolitik und beim Kinderpaket. Wir sind schon sehr gespannt, was in Dänemark anders gemacht wird, als bei uns möglicherweise kommt es zu Änderungen. Auch bei der Sozialhilfe, wie wir natürlich darüber berichtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. BCo Cho год 60 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.